Ja, so werde ich die nicht kriegen. Aber die Zombies, die musste ich eigentlich von Weitem mal so schon mal weggeknallt kriegen, ja. So definitiv nicht. Na, bleib stehen. Stehen, bleiben ist immer gut. Dann treffe ich besser. Hoffentlich auch nicht. Kommt gerade ein Bienchen auf mich zu, oder? Halt nur so. Doch, da kommt einer. Schade. Bin ein bisschen nervös mit den ganzen Bienen hier. Weil ich mag Bienen in dem Scheißspiel nicht. Die nimmt da gerade Anlauf auf mich, oder? Nehmt die gerade Anlauf? Nö. Schade. Neh, nehmt mal hier. Bitte. Komm her. Kettig getötet. Aber jetzt will ne Bienen wat von mir. Die wahrscheinlich. Komm her. Komm, Baby. Komm. Ja, komm. Eieieie. So, hier, du hoch. Weg. Weg. Werd' jetzt nicht looten, weil ich hier ein bisschen Angst um den Bienen zu haben. Ja, flieg mal durch den Boden, du dumme Kuh. Das ist sehr sicher, da. Nicht hauen. Achso, ich hatte Antibiotika, ne? Warum habe ich das denn noch nicht genommen? Ich weiß es nicht. Und zwar tun mir die Bienen nichts. Das finde ich sehr schön. Oh, ne Hose. Das ist gut. Ne Brille, auch sehr gut. Da war der Zombie. Komm her, süßer. Come, Baby. Zeig mir, wat du kannst. Yes. Du bist so gut. Du bist der Champion. Ah, warum ne ganz wieder den Scheißknochen mit? Ey, könnt ja mal. Gut, auf jeden Fall habe ich es schon mal ins Haus geschafft. Ich hoffe, dass hier auch ein Bücherregal ist, dass ich endlich mal fortspauen kann. Das wäre echt ein Traum. Oh, was können wir denn anziehen? Wir können eine Brille anziehen. Wir können die Jacke anziehen. Wir können die Hose anziehen. Das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Und das können wir klein machen. Und das können wir klein machen. Dann haben wir schon mal wieder Platz in der Tasche. Oh. 17 Uhr, das wird wieder so knapp hier. Ich hasse es, wie die Pest. Die Zeit verjährt hier wie im Flug. Und dieses Ding will hier nicht weggehen. Endlich. Ich bräuchte doch endlich mal Werkzeug. richtiges Werkzeug. Und da gibt es hier hinten irgendwas noch außer den Kühlschrank. Einmal Mai ist sehr schön. Naja, Mülltüte ist auch nicht so dolle. Einfach mitnehmen hier den Scheiß. Oh, was haben wir oben noch? Oh, was haben wir oben noch? Oh, was haben wir oben noch? Vor allem, ich habe hier die nächste Horde begrüßt. Ich brauche dringend einen Fortspruch. Dringendst. Sehe schon, dass ich hier schlafen muss. Aber wie die Zeit vergeht. Eine Pistole. Der Ausflug hat sich schon jetzt gelohnt. Ich habe eine Pistole. Hatte ich dich jetzt mal gerade so mit der Pistole beschäftigt? Dass ich gar nicht wusste, ob ich den jetzt gelootet habe oder nicht. Gut, aber wenn ich immer noch wählen könnte, Fortspruch oder Pistole? Muss ich sagen, wäre mir eine Pistole nicht so wichtig. Ah, der will was von mir, wa? Taschen. Noch jemand? Nein, erst mal nicht. Gut. Ups. Komm ich so rum? Ja, komisch. Ich bin nur freundlich hier. Ich will euch gar nichts klauen. Die brauchen nicht denken, dass ich was von denen will. Ich will da hinten ans Bücherregal. Und ich will, dass da ein Fortspruch drin ist. Das hat sich alles nicht gelohnt. Oh, ein Buch im Müll. Wieso kann ich das nachvollziehen bei manchen Büchern? Oh, ein Helm. Sehr schön. Das ist noch ein Rucksack. Das Buch kenne ich. Super. Hat sich das gelohnt hier? Ja, ich vermute mir, ich komme gar nicht mehr zurück. Eineinhalb Stunden. Naja, was soll's? Los geht's. Überzeugt ihr jetzt rumsetzen. Lauf, Johnny, lauf! Und der spurt nach Hause jetzt. Guck mal gleich, ob ich nebenbei vielleicht noch ein paar Pfeile machen kann. Da läuft ne Wutz. 14 Steinies habe ich. Das ist schön. Pölzer habe ich. Und ich habe sogar noch Feder. Gut. Können wir auf dem Weg noch was basteln. Ein Zambeli. Und noch ein Zambeli. Hm, hm, hm. Schön durchlaufen, ja. Ach, naja. Der hat es so schwer. Na, wenigstens aber gleich zu Hause. Hast ich noch ein Pilchen? Nein, habe ich natürlich nicht. Aber ich könnte jetzt auch mal langsam Fett einschmelzen für Kerzen. Fehlt mir irgendwie noch hier so in meinem Ambiente. So, ich werde jetzt mal ganz mutig einfach mal hier noch einen Baum fällen. Warum, weiß ich noch nicht, aber ich mache es einfach mal. Aber da schreit einer. Ich bin doch bestimmt dran, das war. Nein. Ja, ich gehe lieber rein. Ich gehe lieber rein. Irgendwie bin ich da zu ängstlich für. Ich hänge am Leben. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich hier so einfach reinkomme. Ist auch schon wieder alle kaputt. Verdammt nochmal, ey. Ich spiele mal hier aus. Wird gleich gefressen. Ich bin für so ein Actionspiel nicht geeignet. Echt nicht. Gut. So, das hat sich nicht gelohnt. Zum Beispiel hätte sich ein tolles angeboten, um hier das Fett zu schmelzen. Noch eins. Ja, das sieht gut aus. Also mittlerweile habe ich ja das Gefühl hier, ich könnte mir zigmal das Bein brechen. Ist wahrscheinlich auch so. Gut. Also zum Schmelzen hätte ich schon richtig viel. Ach, Holz habe ich sogar noch da. Also das ist ja schön. Hat nicht gesehen gehabt. So, Rohre haben wir auch schön viele. Leder. Forge können wir auch bauen. Nägel. Gut, haben wir mittlerweile auch ganz schön viele. Leder. Leider noch kein Leder gelernt. Gucken wir auch noch so was. Sehr schön. Oh, das Brötchen könnte ich jetzt mal essen. Wo ich jetzt nicht rennen muss. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht rennen. Aber bisher war ich ja hier recht sicher. Da haben wir noch mal Mais. Könnte ich auch mal anbauen. Für eine Hoop brauche ich Eisen. Ich kann nicht bauen. Das ist ein Riesenproblem hier. Achso, ich könnte jetzt aber mal das Antibiotika schlucken. Und hier habe ich sogar noch die anderen. Ich wusste doch, dass ich mir noch ein paar Mal öfter das Bein brechen kann. Könnt ihr mal verdammt nochmal aufhören da überall gegen zu hauen. Lalalala. Dann haben wir noch mal essen. Das können wir uns mal gleich noch hinter die Kiemen klemmen. Wo nicht, werde ich mal hier lassen. Ich weiß nicht, der bringt eh nicht viel. Ach man, die haben Langeweile und kommen von überall wieder. Hallo Johnny. Nur Johnny hat keinen Bock. Der steht da hinten. Interessiertet die ja nicht. Aber die hier, die kommen. Die wollen Leckerli. Hallo. Ihr liebt der Horde. Ach, lass doch mal das Glas ganz, ey. Muss ich wieder ein Glas errochen? Hallo. Leckerli. Ja, nun lass doch das da ganz verdammt normal. Mann. So, ihr seid fertig. Sehr schön. Habe ich hier noch ein bisschen Wiese? Jo. Oder Grass. Machen wir die mal auch klein. Und das ist schöner an Kerzen, was ja, was die stecken. Nicht so wie die Fackeln. Ja, und dann sollte ich mal sehen, dass ich mich ein bisschen sicherer mache. So, mal kurz was tun. bevor die Sonne unter aufgeht. Hi, schön, dass du wieder da bist. gut, dann werden wir mal die Hunden begrüßen. Diesmal ist auch kein Hund bei. Zumindest habe ich diesmal keinen gehört. Ach, die Sonne geht auf. Schönste an dem Spiel ist, wenn die Sonne aufgeht. Weiß man, man hat die Nacht überlebt. Wo können wir denn lang gehen? Wo sieht es denn sicher aus? Hier sieht es ganz gut aus. Boah, dann werden wir die mal alle kalt machen hier. da haben wir ein Haus kaputt gemacht. Die Schweine, die... Bei so einer Massen ist es immer schön, man trifft auf jeden Fall ein. Egal welchen, aber man trifft ein. Oh, du auch weg hier. Du bist mir schon zu dicht. Das ist Seven Days to Die. Das ist ein Zombie-Survival-Spiel. Oh, der ging daneben. Und ich hänge mich hier auf, gerade. Ah, Hilfe! Ich hasse Gebüsche hier. Zur Zeit kommt es mir aber vor wie ein Shooter-Spiel. Ah, hätte ich warten sollen, bis der rote Punkt da ist. Schlecht. Ich stehe schon wieder im Büsch. Eine Kacke. Ich hasse die Büsche. Siebte Nacht kommt auch immer näher. Die siebte zu achten. Dann kommt die Riesenhorde. Dagegen ist das hier Spielerei. Mein Haus ist immer noch besiedelt da hinten, so wie ich das sehe. Gut, den Dicken wollte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht treffen. Dich wollte ich treffen. So, nun mach mal hin. Ich wünsche nicht, dass die da alle despawnen. Ach Mann, warum mache ich das denn so schnell? Zielen, schießen. Genau. Oh, und du auch. Gut. Und dann erst mal die Krankenschwester nuten, weil sie was schönes beihaben. Wo war die andere? Hier. Naja, Binnenbräuer mittlerweile auch öfter. Dicke rennen hier mal. Ach, Glasscheibe, ganz wichtig. So, meine Häuschen steht noch. Habe ich Glück gehabt? Ach, der ging voll rüber. Hallo. Schrei schrei doch nicht so. Macht die anderen dann die wach hier. Ach, der ging voll daneben. Und wenn ich so ein Körpertreffer bin noch ein hier. weg. Ist noch jemand irgendwo? Wo? Wo, 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 wo? Ich sehe sie nicht. Du, wo ich dich übersehe. Da sind ja noch ganz viele Krabbler. Ah, aber nicht, dass ich hier von hinten gleich angeklitscht werde. Da haben die nämlich drauf, sich von hinten anzuschließen, zu schleichen hier. Ach, letzten verbleibenden Zombies. Und meine Pfeile sind auch gleich alle. Ach, war der daneben. zwei Pfeile habe ich noch für dich. Es war aber nicht nötig, dass einer daneben gehen muss. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Alle verballert, so ein Scheiß. kommt hier gerade eine Horde? Na, auch neben. Ach, Mann, Alter. Ich habe hier ja keine Ruhe. Mach mal hin hier. Oh, weg mit dir. Und auch mit dir weg. Weg, weg, weg. Hätte ich jetzt dann mal wieder ein bisschen Ruhe? Nein. habe ich natürlich nicht. Warum auch? Weg, weg und weg. Gut. Och, Mann. Warst du noch? Genau. Hier latscht doch schon wieder einer. Ach, da. Warum sehe ich dich denn nicht? Und die ganzen Büsche werde ich jetzt hier gleich wegnehmen. schon das zweite oder dritte Mal, dass ich mich in der Kacke aufhänge. Och, alle weg hier. Ständig hänge ich mich in diesen Scheißbüschen hier auf. so. Wahrscheinlich werde ich in die letzten verbleibenden Büsche dann rein rennen und hängen bleiben. So, straf oder so. Tabletten hatten wir auch ein paar. Dann werde ich mir gleich mal reinpfeifen. Schon mal ein paar Kerzen machen. Oh, zwei werde ich bestimmt brauchen. Da steht ja schon wieder ein Zombie. Das ist nicht leicht hier. Schon wieder nachmittags oder mittags. Da hinten ist ein Airdrop. Noch einer hier bei mir? Nein, natürlich nicht. Oh, der ist Taschen. Das wissen natürlich alle wo ich bin, weil das Flugzeug so in Kraft machen muss sein. Ich hoffe ich finde den. Weil da sind ja mittlerweile wieder richtig schöne Sachen drin. Lohnt sich ja dann auch da mal hinzurennen. Schlecht ist immer erst, wenn man sie denn nicht findet. Und so wie ich mein Glück kenne, werde ich den nicht wieder finden. Wird jetzt irgendwo mitten im Wald drin sein? Denk mal hier ist das Wald Gebiet da oben hängt er noch. Oh Mann ich komme ja nie mehr nach Hause. Ah da ist die Kirsche mit dem Friedhof Kann ich gleich noch beten gehen auf dem Rückweg Ist auch mal was. So der Erdrop ist zwischen diesen Bäumen. Einfach mal durchrennen bevor ich hier gesehen werde. Und jetzt ist dann nur Schrott drin. Nee das ist schon wirklich geil was wir da haben. Das hat sich schon mal gelohnt. So ich hab mal gehört dass man dieses Fernglas hier vom Sniper auch als Fernglas nehmen kann. Hab das noch nie ausprobiert. Tatsache. Cool. Das ist cool. Das ist cool. Das macht dich mal auch noch mal zur Grasfaser. So lohnt sich das jetzt dem Fürst Elts sich noch hinter die Binde zu knallen? würde sagen nee das lohnt sich nicht. Aber man könnte die Kirsche sich mal angucken solange man Platz hat. Ich werde mal die Pistole einstecken weil wenn ich sterbe möchte ich die nicht unbedingt verlieren machen wir noch ein bisschen Platz hier im Inventar gut so rücken wir mal noch zwei Steine dass ich meine Axt reparieren kann und dann möchte ich sagen gehen wir da mal rein und wahrscheinlich ist das der Fehler und mein Todesurteil in der Nacht so wie ich mein Glück kenne Na gut dann mal los vielleicht reicht reicht mir schon wenn ich das Auto da looten kann dass da so geiler loot drin ist dass ich dann auch gleich wieder hier moment moment schrei ruhig bring die bei dir so mal gucken ach mach hin die die kommen alle eine batterie toll fangen wir hier bei dir an hast du gerade ein bisschen unschlüssig ich habe auch keine feile noch weg 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 erstmal meinen rücken wieder hier freimachen ich dachte es plötzlich von hinten ditsch macht dann sind die schnell noch wieder vorne hallo ditsch und ditsch nein noch eben hier hast du nein bloß keinen von dem dicken hier gelatscht bekommen ach stirbt doch schon mal wie ich das hasse ach scheiße scheiße nein alles spaß alles spaß weg voll aus lass mich scheiße oh danke scheiße von hinten auch noch bloß ein first aid jetzt drinnen ich wusste dass sich das nicht lohnt ich hab mir das vorher schon gedacht was das lebensmüde ist mit meiner bewaffnung sag mal kannst du mich mal in Ruhe lassen ach ich kasse diese schwester im ja ich hasse es hatte sogar ein Brot bei ihr habt die mute ist und haben es bis an sie nicht aber hat es es n sie Vielen Dank.